Lila Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut, der mich bisher hart ernähret und mir manches Glück beschert, ist und bleibt ewig mein, der mich wunderbar geführet und noch leitet und regiert, wird forthin mein Helfer sein. Sollte ich mich bemühen um Sachen, die nur Sorg und Unruhe machen und ganz unbeständig sind, nein, ich will nach Gütern ringen, die mir wahre Ruhe bringen, die man in der Welt nicht findet. Hoffnung kann das Herz erquicken, was ich wünsche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben hab ich seiner Gnad ergeben und ihm alles heimgestellt. Er weiß schon nach seinem Willen, mein Verlangen zu erfüllen, es hat alles seine Zeit. Ich hab ihm nichts vorzuschreiben, wie Gott will, so muss es bleiben, wann Gott will, bin ich bereit. Soll ich hier noch länger leben, will ich ihm nicht widerstreben, ich verlasse mich auf ihn. Ist doch nichts, das lang besteht, alles seelische vergeht und fährt wie ein Sturm dahin. Danke fürs Zuhören, das war mein neues Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern noch ein Abo auf meinem Kanal und drückt auch auf die Glocke, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Eure Lila. Ciao. Vielen Dank.